Geistlich wachsen von Simon J. Robinson Kapitel 2 Gottzentriertes Wachstum Mit Beginn der Ausstrahlung des Frühstücksfernsehens in England erschien ein Mann mit der Bezeichnung Mr. Motivator auf dem Bildschirm, der jeden Tag für 5 Minuten ein Übungsprogramm vorführte. Durch seinen Slogan Lassen Sie sich motivieren, traf er genau den Kernpunkt. Ohne die nötige Motivation werden Sie niemals die Disziplin für das tägliche Training Ihrer Übungen haben. Das trifft auch auf geistliches Wachstum zu. Aber bevor wir uns motivieren lassen, sollten wir uns sicher sein, dass wir auch die richtigen Motive haben. Es gibt keinen Zweifel, dass geistliches Wachstum große Vorteile beinhaltet. Es vermehrt unsere Freude, vertieft unsere Beziehung zu Gott. Es schenkt uns mehr Wirksamkeit in unserem christlichen Leben und hilft uns, in unserem Kampf gegen die Sünde siegreich zu sein. Das sind alles großartige Beweggründe. Aber es sind nicht die wichtigsten Gründe dafür, warum wir wachsen sollten. In den Anfangsversen des Epheserbriefes zeigt Paulus uns einen Überblick von Gottes Plan. Indem er die Vorhänge der Zeit zurückzieht, erklärt er uns Gottes Absichten, die schon festlagen vor der Entstehung der Welt. Wir lesen in Epheser 1, die Verse 4 bis 6. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Dann gewährt er uns einen Einblick in die Zukunft, um uns über Gottes ultimative Absichten zu erzählen. Wir lesen weiter in den Versen 7 bis 12. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Und den R? So hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Er spricht auch darüber, auf welche Art und Weise der Heilige Geist gekommen ist, um in uns zu wohnen und damit die Endstufe unserer Errettung sicherzustellen. Dann lesen wir weiter in den Versen 13 bis 14. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ist Ihnen aufgefallen, dass Paulus besonders eine Formulierung wiederholt benutzt? In den Versen 6, 12 und 14 sagt er, dass all diese Dinge zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit dienen. John Piper sagt, in jedem hier einzeln aufgeführten Punkt wird das Ziel Gottes beschrieben. Es ist Gott, der erwählt, der vorherbestimmt, der die Rettung sicherstellt und all das zu einem großen, ultimativen Zweck, damit die Herrlichkeit seiner Gnade für immer und ewig mit glühend heißer Liebe gepriesen wird. Gewöhnlich betrachten wir Wachstum immer als etwas Gutes für uns selbst. Aber wenn wir es richtig verstehen wollen, sollten wir uns darauf konzentrieren, welchen Ruhm es Gott einbringt. Die Vorteile für uns können wir dann als Zusatz ansehen. Jerry Bridges fragt in seinem Buch The Pursuit of Holiness warum wir in unserem täglichen Leben so wenig von der Heiligkeit erfahren, obwohl es doch zur Grundlage des christlichen Lebens gehört. Er fährt fort, indem er sagt, der Grund dafür sei, dass unsere Einstellung zur Sünde mehr selbstzentriert, als Gott zentriert ist. Wir sind mehr auf unseren eigenen Sieg über die Sünde bedacht, als über die Tatsache, dass unsere Sünde das Herz Gottes betrübt. Wir können unser Versagen in dem Kampf mit der Sünde nicht tolerieren, weil wir hauptsächlich erfolgsorientiert sind und nicht, weil wir wissen, dass es anstößig für Gott ist. Auf die gleiche Art kann unsere Einstellung gegenüber geistlichem Wachstum oft selbstzentriert statt gottzentriert sein. Wer macht was? Es gibt Zeiten, da verhalten wir uns wie ein Pendel. Wir bewegen uns von einem Extrem zum Nächsten. Einige Leute legen eine so große Betonung auf den Anteil, der von uns beim geistlichen Wachstum gefordert ist, dass sie dadurch gesetzlich werden. Diese Gruppe von Menschen definiert Wachstum in Form von das tut man und das nicht. Wenn man seine Bibel jeden Tag liest, jeden Sonntag zur Kirche geht und bestimmte Orte und Veranstaltungen meidet, dann werden sie wachsen. Aber man muss dabei bleiben und sich aufs Äußerste bemühen. Andere wiederum erzählen uns, dass wir uns keine Gedanken darüber zu machen brauchen, was wir tun können. Seien Sie ganz entspannt und lassen Sie Gott handeln, sagen Sie und überlassen Sie Gott alles. Aber die Bibel befürwortet weder das eine noch das andere. Einer meiner Lieblingsverse ist Philippa 1, Vers 6, in dem Paulus sagt, Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Diesen Vers zitiere ich oft Leuten, die sich mit ihrem geistlichen Leben abmühen. Außerdem prägt es die Art und Weise, in der ich für meine Gemeinde, Familie und Freunde bete. Allerdings, wie ermutigend dies auch ist, es gibt uns keine Entschuldigung dafür, uns zurückzulehnen und zu erwarten, dass Gott alles für uns erledigt. Etwas weiter im Philippabrief wird uns gesagt, Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und das sollen wir tun, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefall. Diese Ausgewogenheit zeigt uns das Neue Testament. Wir verwirklichen, was Gott schon gewirkt hat. Das Wachstum eines Christen beginnt mit Gott und wird durch ihn unterstützt. In 1. Korinther 3 Vers 7 heißt es, So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Dies geschieht jedoch nicht automatisch, sondern wir müssen dementsprechend handeln. Das geschieht, indem wir Gottes Wort lesen und gehorchen, uns einer lokalen Gemeinde anschließen und unsere persönlichen Entscheidungen sollten so ausfallen, dass sie mit Gottes Wort übereinstimmen. Fangen sie an zu wachsen. Sind ihnen auch schon Leute über den Weg gelaufen, die ihre Zeit damit verbringen, sich zu rechtfertigen, dass sie nur eine niedrige Position in ihrem Büro ausüben und deshalb keinen Einfluss auf die Kollegen haben können. Wir sind nur eine so kleine Gemeinde, wie sollen wir da etwas in unserer Nachbarschaft bewerkstelligen? Sehr oft sind dies keine wirklichen Rechtfertigungen, es sind Vorwände. Genauso kann es uns gehen, wenn wir über geistliches Wachstum reden, wir jammern über die Tatsache, dass wir keine besonders starken Christen sind, oder dass unser Bibelwissen nicht so ist, wie es sein sollte, oder auch, dass wir nicht so effektiv sind, wie wir es gerne wären, wo hingegen wir etwas unternehmen sollten, um diese Dinge zu ändern. Wir müssen diese entmutigende Einstellung durch ein dynamisches christliches Leben ersetzen. Und das Wort Gottes sollte unsere Herangehensweise an diese Sache prägen. Indem wir Gottes Wirken in unserem Leben erkennen, können wir einen Anfang machen. On wir Wir können uns die więhensweise Vielen Dank.